Vic reagiert auf Unge Realtalk, Realtalk über Heuschler. Das bedeutet, Vic äußert sich nochmal zu der ganzen Thematik, was in diesem Madeira-Pief, keine Ahnung, was los war. Video hochgeladen, das Video heißt Realtalk Punkt Punkt Punkt. Und viele Leute haben mich angeschrieben und haben gesagt, hey Vic, du kommst da nochmal vor. Das geht zwar hauptsächlich um Fritz Meineke, aber ich komm da halt auch vor, beziehungsweise Simon redet dann nochmal über mich. Und ich hab das Video schon gesehen, also Unge regt sich da in dem Video so ein bisschen über verschiedene Sachen auf. Und grundsätzlich hab ich das Video jetzt nicht negativ aufgenommen. Also ich saß nicht da und dachte mir, boah, wie kann er nur, er hat das und das gesagt. Im Großen und Ganzen kann ich ihn verstehen. Und genau wie bei ihm gibt es auch bei mir Dinge, die mich an dieser Gesamtsituation übertrieben abwacken. Ich hab versucht, bei der ganzen Thematik ruhig zu bleiben. Ich hab versucht, sachlich zu bleiben, erwachsen zu handeln. Aber es wird so viel Bullshit, so viel Dreck in die Welt gesetzt, ich kann da nicht still sitzen. Aber, bevor ich euch jetzt erzähle, was mich wirklich abwackt, gibt es eine kleine Sache im Video von Simon, auf das ich kurz noch eingehen möchte. Es ist jetzt nicht schlimm, ich will Simon auch nicht ans Bein pissen oder irgendwie sowas, aber ich möchte trotzdem nochmal was dazu zu sagen. Wieso hab ich Vic kritisiert? Ich will Simon schon ans Bein pissen. Um ihn ans Bein zu pissen, müsste ich aber erstmal nach Madeira und daran scheitert es bei mir. Ich hab Vic nicht kritisiert, weil er nach Madeira gekommen ist. Ich hab Vic nur dafür kritisiert, wie er damit in der Öffentlichkeit umgegangen ist. Wie gesagt, natürlich kann ich ihn in dem Punkt verstehen und ich hab ja selber eingesehen, dass da Tui dumm war. Auch dieses Bild auf Instagram mit Faktasystem, auch wenn ich da etwas anderes gemeint habe. Aber es tut nicht zur Sache, es war einfach ein dummer Mo von mir und ich hab mich dafür entschuldigt. So, aber das Simon sagt, es ging mir nicht darum, dass du grundsätzlich hergekommen bist, sondern wie du das in der Öffentlichkeit zur Schau... Ey, was ich krass finde, by the way, also das finde ich wirklich krass. Vic hat ja wirklich eine heftige Reichweite, ne? Vic hat wirklich eine heftige Reichweite. Der steht kurz vor einer Million Abonnenten mit seinem jetzigen Account, hat auf iBlali, glaube ich, drei Millionen Abonnenten. Ist auf Twitch sehr aktiv und hat aber gerade mal auf Twitch... Wie viel? Also, für seine Größe verstehe ich das nicht zu 100%, weil ich denke, dass er viele treue Zuschauer hat. Oder viele gönnerhafte Zuschauer hat. Er hat ja auch 877 Satz. Er hat 877 Satz. Das wundert mich übel, ohne Scheiß. So hast du es überhaupt nicht rübergebracht. Ich lese die Tweets einfach mal vor. Ich habe mich bisher komplett daraus gehalten. Nun muss ich etwas dazu sagen. Die Corona-Zahlen in Portugal sind aktuell so schlimm, wie noch nie zuvor. Wir stecken in der schlimmsten Krise der Nachkriegszeit. Und es ist absolut kein gutes Zeichen nach außen. Bin enttäuscht. Die anderen sind vor 1-2 Monaten hergekommen, als die Situation komplett anders war. Und haben dort keine Wohnungen besichtigt. Sondern das war schon alles vorher. Du handelst gerade einfach nur egoistisch. Und das sage ich dir nicht, weil wir vor Jahren mal Stress hatten. Das habe ich dir privat geschrieben. Und das geht mir am Arsch vorbei. Diese Aktion ist ein No-Go. Was für eine Vibe geben euch diese Antworten von Simon jetzt? Sagen die aus, hey, ich finde diesen Tweet von dir richtig unvorbildlich. Oder sagen die aus, grundsätzlich die Tatsache, dass du hergekommen bist in Zeiten wie diesen, finde ich egoistisch. Was genau wollte Simon aussagen? Ich meine, es kann auf jeden Fall sein, dass... Muss man sagen, es kommt schon so rüber, wie... Ja, dass du jetzt in der Zeit hergekommen bist, das geht nicht. Muss man wirklich... Und das kommt wirklich so rüber. Also diesen Vibe verteilt. Aber kann ja auch trotzdem anders gemeint sein. Ähm, ja, deswegen kann man jetzt nicht so zu 100% beurteilen, ne? Übertreib mal bitte nicht. Und ich will Simon jetzt nicht ans Bein pissen. Ähm, ich möchte einfach nur, dass ihr euch in mich hineinversetzen könnt. Und natürlich gab es schon davor kritische Stimmen. Und da dachte ich mir schon... Gell mal geil, Bruder. Das war wahrscheinlich nicht so gut von mir. Wirklich. Aber die Antworten von Simon haben daraus einen großen Shitstorm gemacht. Und ich will ihm gar nicht vorwerfen, dass er darauf aus war. Aber bei seiner Reichweite weiß man ja... Also ihm hätte klar sein sollen, dass genau das passiert. Plötzlich kommen tausende Menschen angestürt. Oh, Sinnig, das weiß ich, Bruder. Ich fand es schon immer unsympathisch. Ha, daran merkt man, dass er ein schlechter Mensch ist. Und ich glaube, wenn seine Antworten ein bisschen sachlicher und konstruktiver ausgefallen wären und nicht so, ich sag mal in Anführungsstrichen, impulsiv aller Ich hab mich bisher da komplett rausgehalten. Aber nun muss ich dazu was sagen. Dann wäre das vielleicht gar nicht erst so eskaliert. Weil die Nachwirkungen spüre ich heute immer noch. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass von Simon eingesehen hätte Hey, vielleicht hab ich da auch nicht ganz ideal reagiert. Das war's. Und dieser Vorwand hat mich einfach so verwirrt, weil irgendwie 1-2 Monate Tee und die anderen vorher ankamen. Und natürlich sind die Zahlen höher gegangen. Aber ich finde überhaupt nicht, dass die Situation jetzt eine völlig andere ist. Wir waren damals in der Hochphase der Pandemie und wir sind jetzt immer noch in der Hochphase der Pandemie. Natürlich ist die Situation schlimmer geworden, aber die war auch schon vor 1-2 Monaten schlimm. Wer entscheidet denn, ab hier ist das okay und ab hier geht das gar nicht mehr? Wer? Und sagt mir, was ihr wollt, aber das ist ein Unterschied. Ja gut, man muss natürlich auch sagen, ich denke schon, dass es auch damit und daran liegt, wenn man das Ganze jetzt so hört, dass es natürlich davor schon eine Streitigkeit gab. ... ob man jetzt auf Madeira ist oder auf dem Festland in Portugal. Ein Tobi, nein. Wenn man jetzt von den aktiven Fällen ausgeht, waren es 0,6 Prozent der Einwohner auf Madeira in Bezug auf die Einwohnerzahl. Auf dem Portugal-Festland ging es in Richtung 2 Prozent. Das ist ein immenser Unterschied. Es ist einfach ein Unterschied, ob ich jetzt nach Funchal reise, übrigens mit häftigen Grund, oder nach Lissabon. Es ist ein Unterschied. Und versteht mich nicht falsch, ich will nichts relativieren. Natürlich ist 0,6 Prozent auch scheiße und ich hoffe, dass die Zahlen weiter runtergehen. Ja, du kannst nicht Portugal pauschalisieren, dass es dann auf einer Insel, die so und so viele hunderte Kilometer oder ich weiß nicht, wie weit das da weg ist, ähm, weiter weg ist, sozusagen von dem Festland Portugal. Ey, das kannst du ja dann nicht dahingehend projizieren. ... ich habe mich so gefühlt, als wäre das bei dir und den anderen in Ordnung. Die waren ja auch gerade so ein bisschen und so. Und bei mir geht das gar nicht. Versteht ihr, was ich meine? Und ich habe das damit aktiviert, dass sie mir zur Vorstellung für einen Monat geschrieben hat, jo, ich will mit dir nichts zu tun haben. Obwohl ich das Gefühl hatte, es wäre alles in Ordnung zwischen uns und wir wären positiv neutral zueinander. Wie gesagt, es geht mir überhaupt nicht darum, Simon jetzt nochmal irgendwie anzugreifen oder sowas. Ich will einfach nur chronologisch erzählen, wie ich das Ganze erlebt habe, wie ich mich dabei gefühlt habe und ja, einfach nur, damit ihr euch mehr in mich hineinversetzen könnt. Plötzlich haben mich Tausende angegriffen und es kamen auch Leute aus ihren Löchern gekrochen, die mich sowieso nicht mögen, von denen ich mich damals distanziert habe. So nach dem Motto, ja, Vic hat einen Shitstorm, endlich, da müssen wir mitmachen, let's go. Und es war einfach zu viel für mich. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll und deswegen habe ich kurz danach diesen Real Talk Stream gemacht, wo ich einfach Real Talk erzählt habe, warum ich glaube, woran es liegt. Inzwischen hat sich das Ganze so ein bisschen beruhigt und ich bin überhaupt nicht mehr wütend auf Simon. Ich kann Simon sogar verstehen. Es gibt eher andere Sachen, die mich mega wütend machen und Menschen. Und damit kommen wir zum Thema Doppelmoral und Heuchelei. Und heilige Scheiße, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Heuchelei erlebt. Ich bin gespannt, wen er jetzt so anspricht. Ich hoffe, er nimmt einen direkten Namen, ja. Wie in den letzten zwei Wochen. Ich habe gestern einen Tweet gesehen von einem Twitter-User, der mir so einen langen Text geschrieben hat. Alfa Kevin, Alfa Kevin, das war Alfa Kevin. Warum es ja mega egoistisch und unmoralisch wäre, dass ich jetzt nach Madeira fliege, auch wenn ich eine Wohnungsbesichtigung habe. Ein Tweet später retweetet die Person das Video von Fritz Meinecke, wo er auf Madeira ist. Du Horensohn. Daran, finde ich, merkt man einfach, wie unfassbar biased Menschen sind, ja. Dass Menschen überwiegend nach, gerade auf YouTube, nach Sympathie gehen und nicht unbedingt danach, wer im Recht ist oder wer Argument hat und so. Es geht wirklich nur um Sympathie. Äh, Wig ist mir voll unsympathisch. Also liegt er falsch. Halt einfach deinen Maul. Also ihr merkt schon, ich bin richtig geladen. Und deswegen habe ich immer gesagt, dass zum Beispiel YouTube-Beefs auch keine wirkliche Bedeutung haben, weil die Leute nur danach gehen, wer ihnen sympathisch ist. Genauso heuchlerisch finde ich das, wenn man zu mir sagt, ich bin ein unmoralischer und egoistischer Bastard, weil ich jetzt nach Madeira ziehe. Und ein Tweet später. Das stimmt auf jeden Fall. Es wird nach Sympathie gegangen. Man muss auch einfach sagen, bei dem einen wird die eine Situation als sehr schlimm bewertet und bei dem anderen halt wieder als normal bewertet, weil der andere halt sympathisch ist. In dem Sinne halt diese Meinecke ist halt dumm an sich, muss man wirklich sagen. Aber was will man machen? Es gibt halt solche Leute, die das nicht, oder die, sage ich mal, nicht Sachen differenzieren können, beziehungsweise nicht Sachen einfach gleichsetzen können. Da tweetet die Person, ich liebe alles, was du tust. Sind diese zwei Monate für dich wirklich so ein Unterschied oder tust du nur so? Sei ehrlich. Und versteht mich auch hier nicht falsch. Das muss man ja immer extra erwähnen, weil YouTube ist einfach Meister darin, Dinge falsch zu interpretieren. Vor allem bei mir. Ich habe nichts gegen Tee und die anderen, die zwei Monate zuvor nach Madeira gezogen sind. Im Gegenteil. Ich befürworte das. Ich mache das doch selbst. Tee und die anderen regen mich nicht auf. Unge regt mich nicht auf. Das, was mich aufregt, sind diese ganzen doppelmoralischen Heuchler. Man kann sich über meine Bilder aufregen, die dumme Aktion. Aber wenn man sich über die Tatsache aufregt, dass ich jetzt nach Madeira ziehe, dann muss man sich auch über einen Fritz Meinecker aufreden. Dann muss man sich auch über ein Tee aufregen. Und zu behaupten, dass es ja völlig andere Situationen sind oder waren, das ist einfach eine Ausrede. Man muss mich nicht mögen, aber seid wenigstens fair zu mir, ihr dummen Heuchler. Konstruktive Kritik ist ja vollkommen in Ordnung. Aber ich finde, bei manchen Leuten merkt man einfach, die warten nur darauf, dass ich etwas Falsches mache. Man kann tausend gute Dinge tun, interessiert niemanden. Aber wenn man eine Sache falsch macht, cancelt. Und falls jetzt irgendjemand sagt, ja, das ist ja... Ähm, ich finde aber, dass bei Fritz ein bisschen eine andere Situation ist, da er sich auf Madeira anders verhalten wird. Meinst du mit anders verhalten? Also, Vic hat sich ja nicht falsch verhalten in seinem Auf... oder in seinem Aufenthalt in Madeira. War ja alles normal, alles konform. Der durfte auch dorthin fliegen, da war ja alles normal. Es geht ja bloß um den Tweet, dass er da halt ein bisschen reingeschissen hat, dass es halt falsch zu interpretieren war. Aber an sich hat ja Vic nichts Schlimmes gemacht. Also, vom Verhalten, was das angeht, ne? Ja, whataboutism mit Fritz Meinecke und so weiter und so fort. Nein, ist es nicht. Whataboutism heißt, wenn du ein Vergleich siehst, was überhaupt nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hat. Dieses typische, ja und was... Fritz ist nur im tiefen, menschenfeindlichen Urwald von... Ach, deswegen. Weil er... äh, weil er gar nicht unter Menschen ist, großartig. Keine... Ja, kannst du aber trotzdem jetzt wieder nicht zu 100% so sehen. Weiß ich nicht. Äh, letztendlich, egal wie es ist, du kommst ja trotzdem mit Menschen in Kontakt und es ist halt trotzdem alles... Es kann alles gefährlich sein, deswegen. Ich muss doch ganz ehrlich sagen, mich juckt die ganze Scheiße gar nicht. Mich juckt das echt nicht. Was die da für Beef haben, was da jetzt richtig und was falsch ist, juckt mich absolut nicht. Was ist mit den Kindern in Afrika? Aber diese Vergleiche haben komplett damit zu tun. Jetzt noch andere Kommentare, die ich super oft gelesen habe und die mich einfach nur anpissen. Erstens. Warum zieht er denn überhaupt nach Madeira, wenn er mit Unge nichts zu tun hat und andersherum? Junge, ist Unge der einzige Grund, warum er nach Madeira ziehen will? Das ist doch absoluter Schwachsinn. Ich hab tausendmal gesagt, dass Unge kein Grund ist. Du inspiriert, ebenfalls auf Madeira zu ziehen. Ja, das respektiere ich. Aber das muss doch nicht automatisch heißen, dass ich auch wegen ihm da hinziehe. Das war nie der Grund. Nie. Was hat Köln zur YouTube-Hauptstadt gemacht? YTT waren die Ersten. Ist denn jeder YouTuber, der nach Köln gezogen ist, automatisch wegen YTT hergezogen? Nein, das ist auch vollkommener Blödsinn. Und ich find das gut, dass er da trotzdem so bodenständig ist und mir das Beste wünscht. Ich find das sehr schön. Man zieht nach Madeira für Drogen und Steuern sparen. Ich würde noch nicht mehr sagen, für Drogen. Ich weiß gerade nicht. Hat das irgendwas auch mit Drogen zu tun? Keine Ahnung. Aber ja, mit den Steuern sparen, ich denke, das ist der größte Grund, weshalb die Leute nach Madeira... Also ich sag mal so, weil dort viele YouTuber sind und Streamer sind, mit denen du dich da connecten kannst, sag ich mal, und wegen Steuern sparen. Es ist wirklich, was anderes ist es nicht. Als ob die Leute sich denken, oh ja, ausgerechnet Madeira, ja. Die wären doch nie und nimmer nach Madeira gekommen oder überhaupt auf den Gedanken gekommen, nach Madeira zu fliegen und dort auszuwandern, sag ich mal, wenn Unge dort nicht gewesen wäre oder wenn dort andere Streamer nicht hingegangen wären. Zweitens, was gegen Corona-Leugner sagen, aber dann selber etwas tun, was man eher bei Corona-Leugnern erwartet. Was laberst du? Ich hab mich erst testen lassen, bin mit Maske in das halbleere Flugzeug gestiegen, habe extra Business-Kassen und ich genügend Abstand zu anderen habe, hab mich dann auf Madeira nochmal testen lassen und war 99% der Zeit in meiner Airbnb-Wohnung, außer wenn ich die Wohnungsbesichtigung hatte. Jeder Deutsche, der jetzt gerade im Bus oder in der Bahn ist, lebt gefährlicher. Laber mich nicht voll. Natürlich, viele werden sich jetzt das hier angucken und sich denken, was? Sein moralischer Kompass entspricht nicht dem von mir? Nein, ich bin immer noch der Meinung, dass ich mit meinem Handel keine Grenze überschritten habe und auch beim Rückflug habe ich zwei Tests gemacht. Diese Doppelmoral, wirklich, ich ertrage das nicht mehr. Also, damit meine ich natürlich nicht die Leute, die nur kritisieren und auch in der Lage sind, sachlich zu kritisieren, sondern Leute, die da sitzen und so und so, ich weiß ja nichts. Feiertag für Blumenhänder, so ein Ding. Es gibt sogar ehemalige Zuschauer von mir. Ich sage gerade immer, so ein Ding ist das, kotzt mich richtig an. Ich möchte das jetzt gerade eben aus meinem Mund verbannen. Und Wohnungen sind günstiger, das stimmt. So ein Ding ist das. Als hätte ich einen Menschen umgebracht. Was ist mit euch? Okay, ich würde sagen, genug aufgeregt, ich muss es unbedingt noch mal loswerden. Inzwischen geht es mir ein bisschen besser. Es ist einfach viel angestaut Wut, viel Unverständnis und bevor jetzt irgendjemand kommt und noch mal kommentiert, Vic, es geht aber nicht darum, dass du nach Madeira geflogen bist. Es ging um dein Bild und fuck the system und äh äh. Junge, das weiß ich doch schon alles seit tausend Jahren. Mir ist das bewusst. Ich habe mich schon dafür entschuldigt. Es geht hier um etwas vollkommen anderes. Puh, okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.